Jo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Word of Warships, zusammen mit dem Jungs, hallo! Hallo! Ja, und ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen rumschreien. Yay, rumschreien! Folge 100! Ja, wir haben... Ja, wir haben 100 Folgen Word of Warships. Nach dieser Folge hinter uns und haben einen Pinken mit im Team, Eisenfaust 74. Falls du das hier siehst, du bist in Folge 100, hallo! Schöne Grüße! Schöne Grüße! Und meine KD ist immer noch über 1! Yay, wer schreitet so die ganze Folge? Nein, natürlich nicht. Was? Oh Mann. So, fangen wir lang. Ich fahr links. Ich auch. König, es tut mir leid, aber... Thomas hat schon 3000 Gefechte? Nein! 2500? Äh, irgendwie 2, 3, irgendwie muss ich haben. Der Thomas hat 2300 Gefechte! Äh... Wir machen daraus eine Doppelfolge und dann dürft ihr alle samt meine Stats sehen. Oh! Ich zeig euch meine Stats. Uiuiuiui! Thomas prallt mit seinen Stats wieder hier mit seinen 50... Könnt ja sein, dass jemand interessiert, ne? Stimmt mich? Ja, okay, gut, ich weiß es ja schon. Äh... Genauso wie die Spree rückwärts fließt. Obwohl nicht, daraus sollte man vielleicht jetzt keine Witze machen, weil es doch was sehr ernstes ist. Hast du dir den Artikel gelesen, wo ich den geschickt hab? Ja. Ist ja traurig, Alter. Ein Fluss fließt rückwärts. Das ist schon makaber. Dann weißt du Bescheid. Weißt du, dann würde ich zum Joke einfach da hinfahren und dann einfach rückwärts an der Spree entlanglaufen. Ja, rückwärts! Nein, dreht sich zurück! Nein! Scheiße! Einfach mal auch... Oh Gott, Alter. Ja. Die Folge mit den unlustigen Sachen oder so. Und ich hab dann neben geschossen. Wenn ihr an der Spree wohnt und die Spreeflucht fließt rückwärts... Friesst rückwärts? Lückwärts? Ja. Fließt rückwärts oder frießt rückwärts? Riefen! Was? Wie ist das könnt ihr euch auch? Niederwärts rückwärts? Ne, wie? Wenn ihr auch irgendwann zur Spree wohnt, also zum Beispiel Berlin oder so... Dann guckt doch mal, ob bei euch auch die Spree rückwärts fließt und geht vielleicht... Wenn das so ist oder wenn das nicht so ist, vielleicht doch diese Folge einen Daumen hoch. Dann schaffen wir diese Folge 10 Likes, also 0,1 Likes pro Folge. Yay. Ja, keine Ahnung. Motivation. Ne, komm, pro Folge 1 Like. Das schaffen wir doch, oder? Oh wow. Ab 20 Likes gibt's, keine Ahnung, nochmal einen Key oder so. Ich glaube, ich habe noch irgendwo einen rumliegen. Irgendwo. Was hast du denn zu verlosen? Ey. Oh wow. Klasse. Danke, Furutaka, dass du die Oma getötet hast. In dem Raycat. Äh. Yay. Folge 100. Muss ja irgendwas passieren. Alter, der hat die Oma. Oh scheiße, seine Furutaka. Dreck. Mist. Ich habe vergessen, die hat ja Torps, ne. Ah, der hat kack Torps. Egal, Torps ist Torps. Torps sind Torps. Deswegen. 13.000 erzielt er. Los, hol ihn weg. Garantiert vielleicht auf der anderen Seite. Hau ihn weg. Danke. Ich hatte gerade schon Angst. Da, Flugzeuge. Flugzeuge, klick, klick, klick. So, erstmal drüber abranten. Was? Du hast die scheiß Furutaka in dem Raycat. Ja, bitte. Folge 100. Die ganz spezielle Folge, die nie erscheint. Ich bin's. Fühl immer verschwunden. Ja, ist mal echt so. Wenn er nochmal irgendwas macht, dann wird er Orangen, dann wird er auch nur PvE spielen können. Ey, guck mal, da ist ein pinkes Flugzeug. Ich wollte dich. Ich wollte den Kill-Style. Ey, die Furutaka ist aber fast gut. Diese beschissene A-Caster da vorne, die hat doch, was ich, eine 0,5 Leben gefühlt. 0,5. Nein, Glück. Dankeschön. Bitte. Oder so. Die lassen wir meine Geschütze. Na, Emilio, möchtest du eine kleine Zieh davon? Aber ich hab dafür ein bisschen zu weit hinten gezählt. Naja, für 3-6 reicht's trotzdem. Da, 250 Leben, Alter. Sie musste ab und zu kurz liegen. So raus. Na, wird das was? Jawohl! Hallo, Muzuki. Hallo, Muzuki. Sie sind zwei Leute auf mich und ich hieß ein HE. Das finde ich unfair. Ja, es ist ne Idee. Uh, hopper. Ja, ja. Wenn die König ein bisschen länger durchhalten würde, ne? Emilio hat sie festgefahren. Ja, ich hab schon drauf geschossen. Wow, wirklich. 238 Leben sind übergeblieben. Nur weil eine Kugel da nicht reinging. Danke, Jonas. Weg ist es. Das war ja mal. Ey. Wenn wir den Laden umdrehen, Alter, dann sind wir die geilsten Spieler der Welt. Folge 100. Folge 100. Folge 100. Ja, pass mal auf, wenn wir Folge 1000 da haben. Was wir dann machen? Aber dann haben wir da die gleiche Assi-Kanierung. Jawohl, 20.000 erzielt auf die in Texas. Jawohl. Wo wir das komplette Team gerettet haben. Was ist das komplette Team? Ja, wo wir beide vier Kills hatten. Achso, letztens. Da haben wir doch privat gezockt, ne? Ja. Ja, leider. Das war ein Match, Alter. Das war heftig. Das ist eigentlich nicht ohne. Wir haben insgesamt acht Kills gemacht. Ja. Das ist wirklich noch nie passiert. Komm schon, Wunsch, okay. Du hast gut getorbt. Du hast scheiße getorbt. 15.000. Los, komm. Irgendein Torb wird ihn jetzt töten. Wow. Aber ich habe Großkaliber bekommen. Folge 1000. Ja, Mann. Hashtag Folge 1000. Wow. Die Texans hat wirklich noch 1400 Leben. Dafür fahre ich auch extra beschissen für euch, ne? Und zwar richtig schön breit seid. Genau. Nein, nein. Das meine ich eben... Ja, sorry. Ja. Da bin ich ein bisschen doof gefahren. Tut mir leid. Das ist immer eine richtig besondere Folge, ne? Alle Fails, die man machen kann in einer Folge. Ich muss sie ankacken und das Ding fliegt raus. Ach, komm schon. Ach, leck mich doch am Arsch. Warum schießt da vor allem keiner drauf? Da könnte selbst die Mutsuki mit ihren beschissenen Kanonen drauf schießen. 77 Damage kriegt auch selbst die hin. Wirst du dich verarschen eigentlich, dass die dich wegkriegen? Hm. Mutsuki hat dich wirklich Torps darauf verschwendet? Doch. Der hätte drauf schießen können und der hätte ihn getötet. Pfeife, Alter. Der hätte ihn rammen können und der hätte selbst auch nur überlebt. Ja, echt mal. Was ist das, ne König? Ja, die wirst du wohl schaffen. Fuck. Ja, trotzdem. Aber 14.000er. Ja, Mann. So, dein schreckliches Flugzeug. Aber den klickst du auch stattdessen. Der Tor klatsche. Hm. Ja, jetzt kannst du mich nicht mehr sehen. Ach, dumme Schule lauert halt auch noch, ne? Ich weiß. Ist halt Insel. Ich hoffe, da schießt die Ding wenigstens drauf. Ja. Ja, ich gehe wahrscheinlich jetzt raus. Ja, wirklich, hat die Königin Glück gehabt. Oh, Mann. Hm. Oh Gott, da ist er. Wenn ich von vorne die Salve überlebe. Hm. Okay, C hast du. Das ist gut. Ah, lol. Der ignoriert dich erst mal. Warum sind die Julius heute so böse als in den Oktober? Kannst du mir das mal erklären? Na, böse nicht. Sie gehen nur hin, sie halt. Ja, das meine ich ja. So, 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 so. Ausstattmässig, ne? Ach, komm schon. Die ganze Zeit nur Overpens. Oh. Guck mal. Jetzt kommt der Idiot. Ja, jetzt kommt der Idiot. Ja, jetzt. So. Oh, was ist das für ein Team, Alter? Die haben doch echt nichts drauf. Ich nicht. Komm, Musuki. Ach, wie wärs mal mit Torps? Jetzt? Obwohl, ne. Die Julio dreht ab. Da ist auch nichts mehr drauf. Ja, und unser König geht safe raus bei der nächsten Rast-Teilfe. Entweder König als auch Julio. Es hat so schön angefangen, weißt du? Ja. Dann der Teamkill. Ja. Ich dachte, wir können es doch reißen. Und jetzt schlafen die so auf. Hm. Das ging denen wohl zu schnell. Ja. Halt's ob. Hat der denn auch gezielt? Das ist eine Frage. Das habe ich nämlich gar nicht gesehen. Nein. Nein. Absolut nicht. Why not, Alter. Ja. Das schafft er nicht mehr. Blub. Oh. Mann. Warum? Ey, trotzdem Folge 1. So, gucken wir mal. Ey, wir sind ganz oben. Ich habe Großkaliber und du hast erstes Blub. Das ist schön. Oh, Mann. Nee, nee. Ist doch kacke, ey. Ey, wir können Container holen. Nein, komm, wir machen mal versuchen. Sie hat Glück. Safe kommt jetzt ein super Container. Nein. Das will ich nicht. Wollte ich schon sagen, es passiert safe not. Sehr schön. Yay, meine KD ist fast bei 1,1. Yay. Oh. Meine pendelt irgendwie bei 0,8. Man steigt einfach weiter. Ich habe 2K mal, Leute. Ja, ich glaube, letztes Jahr um die Zeit war es, glaube ich, ja, ich glaube, letztes Jahr um die Zeit, da hatte ich einen übel schlechten Lauf gehabt. Ja, und 2321 Gefechte. Und wir müssen noch mit, du musst noch mit einberechnen, Anfang dieses Jahres, wo wir diese Pecksträhne hatten. Die kamen dann wieder nochmal wieder mit drauf. Oder eineinhalb Monate, wo wir nur Scheiße hatten. Ja, die kamen nochmal wieder da drauf. Ah, ich fahre. Was fahre ich denn jetzt? Folge 100. Ach komm, war zu lustig. Ich wollte Bogue nicht fahren. Nee, lass es. Warum nicht? Folge 100. Alter. Wie oft habe ich das in dieser Folge schon gesagt? Was? Das Folge 100 ist? Was? Wir haben Folge 100? Hm, wie denn nicht diese Folge? Garantiert Folge 100. Hä? Was? Folge 101. Nee, das hier ist ja immer noch Folge 100. Folge 99,9. 90,9. Oh, Mann. Nee, nee. Ja, läuft schon, ey. Nee. So. So, ich fahre zu C und bleib bei C ungefähr so ein bisschen stehen. Hau dir von da ordentlich an auf D-Z. 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 D-Z ist was anderes. D-Z. 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 Cheater! Oder so ähnlich. Sure, Cheater. Woher kommt denn das? Dass das sooo aussieht. Ja, in Folge 100 mal richtig dämlich tun. Oh man. Tja Thomas, falls du es noch nicht wusstest, dieses Spiel hat damals einen, äh, einen, 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 naja, Joint Venture mit diesen komischen Entwicklern von Arpeggio Blue Steel gehabt, deswegen sind diese Schiffe hier drin. Das ist nicht nur eins, sondern sogar mehrere. Huuuuh. Falls du es nicht wusstest, jetzt weißt du es. Ich habe schon vorher gewusst. Jetzt sind wir mal ein bisschen unfair. Hey, rat mal was hinter uns fährt. Ah, den kleinen Kasutsky, Alter. Kasutsky! Hackern machen. Irgendwelch wurde ich das Gefühl bei den Schlagschiffen, und die Leute haben sie extra gekauft. Ja. Weil es dauernd nur Premium Schiffe sind. Ich auch. Außer jetzt hier bei uns und die Gegner jetzt in New York und in New York und in Texas, Alter. Natürlich, irgendwas ist da doch faul. Irgendwas ist faul. Irgendwas stinkt hier. Ja. Das bin garantiert nicht ich. So, haben wir den mal richtig kräftig einer aufs Maul. Genau. Aufs Maul. Hallo, willst du mich verarschen, Alter? Mein Kasutsky fliegt doch da rum. Der ist doch ge... Vor paar Sekunden ist der Hakan gegangen. Ach, willst du mich die Kongo einfach verarschen? Oh man. Die Hälfte meines Lebens ist weg. Von der Kongo oder was? Nein, meins. Ne, wer auf dich geschossen hat. Meint ich. Wahrscheinlich die Julio. Wirklich, ja. So weit. Sechzehn... Ja, wohl sechzehn. Als ob die... Als ob das Ding ist wie das Don-Typ macht. Ja, klar. Der hat was gegen dein Schiff, hab ich so das Gefühl. Glaube ich auch. Jawoll, 11.000. Voll vier Leute ziehen auf mich. Was soll der Scheiß sein? Die spielen sehr konzentriert. How real, Alter? Ich dachte die Ecke ist halt gut gezielt. Ich vermute halt dich. Die schießen alle auf mich, das ist doch scheiße. Yay, nochmal 12.000 und zieht der. Geil. Ja, 11.000 auf die Kongo. Ja, jetzt zieht er auf die blöde Oma. Okay. Okay. Jetzt lassen wir die Arsch gesicht. Klar, jetzt ist er sauer oder was? Absolut. Alles klar, es ging alles daneben. Ja. Als ob da der Berg dazwischen ist. Hm, ja. Das muss ich natürlich mal reparieren. Ja, ist ja praktisch. Ja. Das ist Oma so kacke ist. Und den Ding nicht aufdeckt. Die anderen. Weil die haben, da fehlt nicht mehr viel. Boah, die ballert noch in. Ich seh die nicht. Nicht aus der Übung mit Kongo fahren. Aber die andere Kongo hat auch noch 11.000. So ein Witz. Ein Witz. Ein Witz. Erfolge 100 Witz. Erfolge 100 Witz. Diese Folge macht mir Spaß. Diese Folge macht dir Spaß. Krass, du hast gesagt. Was? Du hast gesagt Witzefolge. Ja, ich weiß. Gerade ein Witz erzählt. Ja. Diese Folge macht mir Spaß. Krasser Witz. Ich muss sie auch fast schmunzeln, Alter. Oh, Mann. Mensch, ihr Scheiß-Turm. Was ist denn mit dieser Scheiße Oma los? Das nicht. Ja, jetzt hat alles gegen den Berg. Du, vor allem, der hat wirklich diesen komischen Takanawa-Namen da reingehauen. Okay, cool. Na dann Takanawa-Namen. Noah. Jawoll, 14.000 auf die Julio. Was? So muss das. Jetzt sind drei Leute auf mich. Mist. Ah, die klingerische Kongo. Guck an. Der hat die Fährte. Oh, da kommt ein Texas. Uiuiuiuiui. Na, 10.000. Du blöde Natter. Der einzige Vorteil der Kongo ist, dass sie einfach mal eine richtig krasse Reichweite hat. Was? Hm. Autsch, von irgendwem hatte ich gerade eine Zeta gefassen. Ach, 2. Eine Abwalle wird sich verarschen. Ach, Gott, Gott. Da beißt man doch einfach in den Stuhl rein. Das ist mir echt so. Hey, 4 Leute sehen auf mich. Letztens 3. Alter, als ob die Oma da noch lebt. Ja, unsere Oma war zu scheiße, die zu jagen. Da muss ich dann an dem Moment doch mal ein bisschen abreden. Alter, als ob hier das gesamte Team hinter der Insel ist. Wollt ihr mich verarschen? Ist ja klar, dass die alle auf mich geschossen haben, wenn die an niemanden anderes ran kamen. Und ich zie, dass die Oma da noch lebt. das repariert es schon wieder ist mir das verarschen jetzt raus damit, komm schon und was pflegt unser team jetzt zu tun so so, Kasutsuki Hakan machen, Alter, dann geht's ab Kasutsuki Hakan ganz knapp weitere Küsse ja jawohl, wir haben gewonnen boah ich hab zwei Kills ja, mal hin der hat Nukil und den anderen Pedder noch umgebracht jawohl als ob ich nur in der Mitte bin aber okay so, ich hoffe euch hat Folge 100 gefallen wenn ja, lasst ein Like da und dann ja, Like und Abo und dann sehen wir uns in Folge 101 Like? wie, nein Like? ach so, Like, ich hab Nein verstanden okay in Folge 101 wieder tschüss tschüss und dann